Bei einem Ritrektio-Penis zieht sich das Glied ins Unterhautfettgewebe zurück, was für Betroffene eine unangenehme Beeinträchtigung der Körperfunktionen und des Körperbilds bedeutet. Die Ritrektio stellt ein Krankheitsbild dar und nicht nur einen als zu klein empfundenen Penis. Ursache für den Ritrektio-Penis Der Grund für den Ritrektio-Penis ist meist starkes Übergewicht, bei dem das Unterhautfettgewebe um den Penis an Umfang zunimmt. Die empfohlene und beste Behandlungsmethode wäre, das Übergewicht abzubauen, was den Rückzug verringern und umkehren kann. Allerdings ist dies nicht immer einfach möglich, teilweise aufgrund anderer Erkrankungen. Abhilfe bei Ritrektio-Penis Gelingt es nicht, zufriedenstellend an Gewicht zu verlieren, besteht die Möglichkeit, durch eine kontinuierliche Dehnung des Penis mit Phallosan den Penis wieder aus dem Fettgewebe zu ziehen. Wenn Sie weitere Informationen zu Phallosan Forte wünschen, klicken Sie auf den Link in der Videobeschreibung, direkt unter dem Video. Behandlungsmethode 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 Untertitelung des ZDF, 2020